Da haben wir erhebliche Ertragsunterschiede innerhalb der Fläche und es macht einfach keinen Sinn da mit irgendwelchen pauschalen Sachen zu arbeiten. Weil ich die Entscheidung in welcher Teilfläche ich wie viel Dünger in meinem vorgegebenen Rahmen bringe, nämlich dann getroffen wird, wenn der Dünger fällt, nämlich beim Streuen. Wunderschönen guten Tag, Leute. Ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr 2022. Ich hoffe, ihr habt den langen Winter gut überlebt. Ich bin heute am Düngerstreuen und habe mir wieder mal gedacht, ich nehme euch mal nochmal mit, weil das mit dem Spritzen ja so gut angekommen ist. Und wir befinden uns hier auf einem Winterweizenschlag nach Silomais, 10. Oktober gedrillt. Ja, 10. Oktober. Im Herbst schon mit Herbizid geärgert, also dass der sauber ist. Schön sauber, ne? Ja, und jetzt steht die erste Düngungsmaßnahme an. Wir sind unterwegs mit einem 670R Direct Drive, also Doppelkupplungsgetriebe, Schaltgetriebe, kein Stufenloser wie der 195er. Und da mit unserem Schmuckstück ein Rauch-TWS auf Samtpfoten, auch die schön große Bereifung drauf, genauso wie auf der Spritze. Auch ebenfalls alles mit 0,8 Bar. Und hinten dran hängt ein Axis-Düngerstreuer. Das ist schon der zweite. Wir hatten vorher ein 30.1 dran und haben dann die Arbeitsbreite gewechselt und sind dann auf einen 50.2 gegangen. Alles hydraulisch angetrieben hier hinten. Das zeige ich euch gleich nochmal von drinnen. Der TWS hat ein extra Terminal. Der Streuer läuft über Isobus. Und mein persönliches Highlight des Ganzen ist dieser Sensor hier vorne dran. Das Ding heißt Green Seeker. Das Prinzip ist aber bei den drei großen Sensoren am Markt identisch. Wir haben hier eine aktive Lichtquelle. Also das ist auch nachts einsetzbar. Das sendet Licht nach unten. Und da die Pflanze, wie wir ja alle aus dem Biologieunterricht wissen, auf zwei Wellenlängen Licht aufnimmt und daraus Energie gewinnt, wird dann gemessen, wie viel auf diesen Wellenlängen zurückkommt. Mehr ist es nicht. Und das machen alle. Nur danach wird es dann unterschiedlich verrechnet. Und da verschiedene Werte gebildet. So, dieser hier guckt von oben und hat vier Sensorköpfe. Dann gibt es andere mit zwei, die von oben und dann gibt es zwei, die zur Seite gucken etc. pp. Da kann ich nur, möchte ich betonen, das ist zwar wissenschaftliches Arbeiten, aber die Datenlage, das ist meine Einschätzung oder meine Sicht der Dinge, was ich mir jetzt da für einen Wissensstand darüber erarbeitet habe in den letzten Jahren. Das ist nicht absolut zu setzen. So, ich habe mich jetzt für diese Lösung entschieden aus diversen Gründen. Da werde ich dann von oben gleich nochmal was zu erzählen. So, es sieht jetzt hier so aus, dass der Sensor vorne mit seinen vier Köpfen die Pflanzen scannt. Der Rechner das dann an den Streuer weitergibt, weil hier haben wir ja nur ein Display. Und was macht ein Display? Ein Display zeigt irgendwas an. So, klar, der Trecker betreibt das über die beiden Steuergeräte. Hier drauf hängt nur der Überladewagen, also der TWS. Dann kannst du hier Dach auf oder Planer auf und zu machen oder wie ihr eben gesehen habt, jetzt hat der Streuer gemeldet, dass eine Seite keinen Dünger mehr hat oder den Rest nur noch hat. Und dann ist der Schieber aufgegangen und der fördert jetzt den Dünger nach. Oben steht die Schnickendrehzahl. So, hier drauf läuft einmal der Streuer. Wer auch kennt, Schieberstellung, Aufgabepunkt, Drehzahl der Streuteller. Ganz wichtig, Fließfaktor. Ist das mit dem Dünger alles in Ordnung? So, dann läuft hier unsere Dokumentation, Autotruck und der Sensor. So, der hat zwar hier hinten noch eine Steuerbox, aber die Hauptsache liegt hier auf dem Terminal. So, und hier kann man dann sehen, was für einen Sollwert er gerade vorgibt. Was seit letztem Jahr funktioniert, was ich absolut genial finde, dass die zwei linken Sensorköpfe die linke Seite vom Streuer steuern und die beiden rechten die rechte Seite. Finde ich der Hammer. Deswegen steht das hier immer so ein bisschen wie so ein Bruch aus der Schule. Ja, und dann haben wir hier bei 36 Meter und 17 kmh, glaube ich, eine ganz gute Leistung, um in den engen Arbeitsfenstern klarzukommen. Weil durch Wind, dann was nützt es, wenn ich den Dünger rausschmeiße, wenn es komplett trocken ist. Das wollen wir ja auch nicht. Deswegen müssen wir uns da stets bemühen, die passenden Arbeitsfenster zu treffen. Und genau aus dem Grund, weil ich genau weiß, dass ihr das gleich wieder kritisieren werdet, ist der Streuer nicht mehr sauber, der Trecker nicht mehr sauber und die Scheiben auch nicht. Weil auf manchen Flächen war es denn doch noch nicht so ganz staubtrocken. Tim wird auch wieder Ja, Tim, grüße, hast du recht. Hätte ich machen können, aber dadurch, dass wir jetzt endlich mal Windstille hatten, nach dem ganzen Sturm, habe ich es vorgezogen, draußen zu arbeiten, anstatt Scheiben zu putzen. So, ich nehme beim Umdrehen immer das Masterventil, also die Generalfreigabe zum Schieberöffnen raus. Falls der beim, dadurch, dass der Überladewagen dazwischen hängt, kann das passieren, dass der Startpunkt für den Dünger beim Umdrehen außerhalb des Feldes liegt und dann will er da Dünger hinschmeißen. Der erkennt manchmal die Feldgrenzen noch nicht so richtig an. Deswegen habe ich mir das so angewöhnt bei jedem Umdrehen, genauso wie bei der Spritze, nehme ich dann das Masterventil einmal raus. Einfach nur zur Sicherheit, dass der Dünger auch genau dahin kommt, wo er hin soll. Vielleicht könnt ihr mir nochmal helfen mit eurem Schwarmwissen. Und zwar haben wir ja hier einen 4640. Da habe ich schon unter den Einstellungen die Lautstärke ganz runter geregelt und trotzdem ist das in dieser Kabine immer noch beängstigend laut, wenn du mal einen Autotruck reinmachst oder, oder, oder. Muss der mal drauf achten beim nächsten Umdrehen. Kriegt man das noch leiser oder wie funktioniert das? Weil da bin ich mit dem in Häkchen neuen Terminal noch nicht firm genug. Hier seht ihr wieder, wie er überlädt. Ich finde diese Bebilderung, muss ich sagen, finde ich echt gut gelöst. Normalerweise wäre der TWS auch rot, solange er Dünger hat. Aber mir ist gestern der Leermeldesensor abgeschmiert. Ja, im Moment funktioniert es ja auch so. Ja, wie ihr gesehen habt hier, der Trecker ist ja auch so. Der Trecker ist, oder habe ich ja von draußen auch schon erzählt, ist einer mit Doppelkupplungsgetriebe. Also Schaltgetriebe. Der Gang wird hier vorne angezeigt. In drei Gruppen organisiert. Der läuft auch vor der Getreidedrille, vor der 6 Meter Pronto. Macht damit eine super Arbeit. Deswegen Schaltgetriebe, um die höhere Effizienz zu kriegen. Weil wir wissen ja alle, Diesel etc. wird auch nicht billiger. Und man sieht jetzt hier oben, ist jetzt die Automatik rausgegangen und der Streuer wird schon wieder leer. Dann muss ich jetzt hier mal aufhören und muss mir erstmal wieder Dünger holen. Aber, dann kann ich das mal nutzen und euch zeigen, wie der Sensor sich zusammenfaltet. Das finde ich nämlich, sieht immer sehr interessant aus. Und jetzt haben wir den schön kompakt vorne dran, dass uns keine Behinderung mehr ist. Dann kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil, Nachtrag Precision Farming. Also, das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema und ich möchte da nochmal darauf hinweisen, dass ich hier nur meine Ansichten und meine Erfahrungen darlege. Ich werde von niemandem beeinflusst oder oder oder. Es hat alles seine rechtliche Ordnung. Ich habe, bevor wir hier Dünger gestreut haben, eine Düngebedarfsermittlung gemacht. Ich habe, dass wir das alles heute Abend dokumentieren, was wir hier heute gemacht haben. Also, kann das, können die lieben Behörden sich auch verstanden fühlen. Ich werde Sören jetzt doch, das werde ich jetzt endlich mal machen, ihm eine Ertragskarte von dieser Fläche schicken. Damit ihr, da werdet ihr dann sehen, da haben wir erhebliche Ertragsunterschiede innerhalb der Fläche. Und es macht einfach keinen Sinn, da mit irgendwelchen pauschalen Sachen zu arbeiten. Ursprünglich bin ich mal auf das Thema Precision Farming gestoßen als Ertragsoptimierung. Also, wenn ich beim Ertrag von 80 doppelt stand, dann wollte ich gerne auf 85 oder 90 oder noch höher. Da sind jetzt pauschale Zahlen, das sind natürlich nicht meine Betriebszahlen. So, und dann geht das Ganze los. Dann befasst man sich erstmal damit, macht man es schlagspezifisch. Das habe ich logischerweise, das mache ich. Kann also sagen, der Schlag ist eher überdurchschnittlich, der Schlag ist eher unterdurchschnittlich. Und das ist überhaupt erstmal Grundvoraussetzung, dass man sich dem bewusst ist, wo stehe ich und wo will ich hin. So, und dann muss ich doch einen Namen nennen. Kann mich Sören auch für hauen. Und das ist Per Leithold. Wer sich mit Precision Farming auseinandersetzt, der kommt an diesen Menschen und an seinen Vorträgen nicht dran vorbei. So, wir müssen die richtigen Fragen stellen, wir müssen uns für unseren Betrieb, muss ich dafür einschränken. Ein Mittel suchen, woran wir, also eine Datengrundlage, woran wir diese Entscheidung treffen können. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass unsere Entscheidung durchgeführt wird. Also, Precision Farming ist nichts für jemanden, der sich schon schwer tut, bei einem Ackerstück zu entscheiden, wie hoch er das überhaupt andüngt. Weil jeder Wechsel hier in einer Ausbringmenge ist eine Entscheidung. So, die treffe ich und ich muss sie verantworten, nur ich lasse sie computergestützt treffen. Ich hoffe, das ist verständlich. So, und jetzt kommen wir zu dem Funktionsprinzip. Ich habe das draußen erklärt, es wird Licht ausgesendet und es wird gemessen, was zurückkommt und dann wird es verrechnet. So, und dabei kommen dann diese Messwerte raus. Da sind sie. NDVI heißt das bei diesem System, ist ein, wichtig ist, der NDVI ist eine offizielle Messgröße. So, andere haben sich quasi ihre eigene Messgröße ausgedacht, die dann aufgrund der gemessenen Daten errechnet wird. Und dann wird sich immer gestritten, meine hat aber den größeren Bezug zum letztendlichen Ertrag. Äh, da sage ich ganz klar, das ist nur teilweise richtig, um nicht zu sagen, das ist Blödsinn. Weil wir haben nicht von Flensburg bis zum Bodensee die gleichen Bedingungen in Deutschland. So, das heißt, eine Entscheidung, die in Schleswig-Holstein richtig ist, die kann in Bayern schon wieder grundverkehrt sein. So, und da wir hier, wie ich das eben gesagt habe, eine hohe Entscheidungsdichte haben, muss man darauf reagieren. So, und deswegen bin ich auch bei diesem Sensor gelandet, weil hier unten über diese Tabelle lege ich fest, für welchen Messwert er welche Düngermenge ausbringt. So, und das entscheide ich an dem Tag, wenn ich hier draußen stehe. Ich habe vorher meine Düngebedarfsermittlung gemacht. Ich weiß damit über das Jahr, wie viel Dünger mir zur Verfügung steht auf der Fläche, um rechtlich sauber zu bleiben. So, und dann kenne ich meine Pflanzenbestände. Das heißt, ich war die letzten Wochen zu Fuß, bemerke, zu Fuß unterwegs. So, da wäre natürlich mit dem Spaten, mit der Bodensonde, mit Optik, mit einem Refraktrometer. Und da habe ich mir meine Bestände angeguckt und habe mir innerlich so meine Liste zurecht gemacht, wo muss ich jetzt wie rangehen. So, aber das kann ich nicht im Winter am grünen Tisch entscheiden, das muss ich draußen entscheiden. Und das muss ich auch zeitnah entscheiden, weil der nächste große Einflusspunkt ist das Wetter. Was hilft ist, wenn ich mal eine große Planung mache und vorne wenig Dünger streue, wo es in der Regel ja noch feuchter ist, weil wir aus dem Winter mit genug Feuchtigkeit kommen. So ist das jedenfalls hier in dieser Region. Und danach wird es trocken. Deswegen hilft mir keine Strategie, wo ich mein Hauptaugenmerk in der zweiten oder eventuell sogar dritten Schrägstrich vierten Düngungsmaßnahme setze. Hier in meiner Region kann es uns passieren, dass wenn wir in 14 Tagen Rüben legen, dass wir dann sechs oder acht Wochen keinen Regen bekommen. So, und da kann ich, äh, kann ich dann also, das ist aber wie gesagt, das ist betriebsspezifisch und das muss auch jeder Betriebsleiter dann entscheiden, wie er das handhaben möchte. Die Radspuren, die man hier sieht übrigens, sind, äh, die Spuren vom, äh, N-Min-Probenfahrzeug. Also, es wurde alles nach guter fachlicher Praxis ermittelt. So, wie gesagt, die Entscheidung, einmal die rechtliche Sache, dann wie sehen die Bestände überhaupt aus. Dann das Wetter. Das sind schon mal drei Aspekte. Und deswegen muss das alles zeitnah sein und deswegen habe ich mich bei meiner Betriebsgröße für einen Sensor entschieden. Sensor ist teuer, das muss ich also rechnen. So, wie gesagt, früher habe ich damit Ertragsoptimierung, äh, betrieben. Das heißt, ich habe meine N-Menge gehabt und habe versucht, möglichst viel Ertrag damit rauszukitzeln. So, habe dann natürlich auch manchmal gesagt, naja, vor der Düngeverordnung selbstverständlich, hier kommt es mir jetzt auf 10, 15 Kilo nicht an, Stickstoff. Kann man bezahlen, das ist mein finanzielles Risiko. So, das kann ich jetzt nicht mehr. Ich habe diese Limitierung durch die Düngeverordnung, die übrigens auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil in einem Vortrag von Herrn Leithold heißt es, die Tabelle gibt es glaube ich in fast jedem Vortrag von ihm. Äh, man kann den optimalen Ertrag in manchen Jahren mit 60 oder 80 Kilo Stickstoff erzeugen und manche Jahre braucht man 200. Das heißt aber nicht, dass der optimale Ertrag in dem Jahr mit den, äh, 60 Kilo nicht sogar über dem von 200 liegt. Versteht ihr, was ich meine? So, und deswegen ist das alles ein sehr dynamisches System, deswegen ergibt, sobald man sich das finanziell leisten kann oder sobald sich das über die Betriebsfläche rechnet, ein Sensor Sinn. Weil ich die Entscheidung, in welcher Teilfläche ich wie viel Dünger in meinem vorgegebenen Rahmen bringe, nämlich dann getroffen wird, wenn der Dünger fällt, nämlich beim Streuen. So, ne, zeitliche Unabhängigkeit, weil wenn ich dann im Winter was plane und es kommt das Frühjahr ganz anders, als ich das mir, äh, als ich das brauche für mein Anbausystem, dann ist da, haben wir, hab ich, kriege ich da ein Problem. So. Hier seht ihr das zum Beispiel. Hier ist weniger Dünger gefallen, da sieht es besser aus. Hier oben, rot ist mehr Dünger gefallen, da ist eine Kuppe, äh, und da versucht er den jetzt nochmal zu pushen. Das heißt aber nicht, dass ich in der nächsten Düngergabe unbedingt auch wieder, da wo wenig steht, mehr Dünger hinbringe, Sondern wenn ich sehe, ach je, nee, das Bodenwasser ist alle, oder, 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 dann kann es sein, dass ich die Kurve, diese da, nächstes Mal umdrehe und sage, okay, da wo noch was steht, wird noch gedüngt und wo alles schon am Vertrocknen ist, äh, da dünge ich nicht mehr. Und da ist mir das, Entschuldigung, scheißegal, ob, äh, der Wert NDVI irgendwelche Abkürzungen, die ich gerade nicht parat habe, heißt. So. Wie gesagt, es hat nur für mich, der an einer Universität ausgebildet wurde, könnt ihr alle lästern, der Studierte hat's gesagt, äh, der NDVI ist ein europaweit gültiger Index. So, Wiederholbarkeit, Prozesssicherheit, würde mein, würde mein Erntehelfer jetzt wieder sagen, der im Maschinenbau tätig ist. Ja, das sind so meine Gedanken dazu. So, jetzt könnte man wieder, wieder einige widersprechen, dass sowas nur Sinn ergibt bei einem Pneumatikstreuer, wo ich dann auch wirklich in den Zonen, äh, scharfkantig applizieren kann. Ja, aber, jeder kann sich doch selbst beantworten, dass die Zonen so nicht wirklich aussieht. In der Natur passiert nichts von jetzt auf sofort. Das ist alles dynamisch. Deswegen habe ich auch durch die Überlappung des Schleuderstreuers einen gewissen Ausgleich. So, hier in den beiden Spuren was jetzt weniger, hier ist es orange, hier wird's gelb. So, und durch die Überlappung, dass ich von der, auf der einen Seite ein bisschen mehr, auf der anderen Seite ein bisschen weniger überlappend streue, wird das Ganze dynamisch. Ich komme der Realität also näher. Ja, so, soviel dazu. Ja, und dann werden wir das, äh, im Sommer mit dem Mähdrescher, wo eine Ertragserfassung drauf ist, ähm, werden wir das kontrollieren. So, vielleicht nochmal einen Nachsatz zur Düngeform. Also, wir streuen Harnstoff, eben genau in Anlehnung zu dem, was ich eben sagte, äh, der Harnstoff ist eine etwas ausgeglichenere Düngeform. Das heißt, der wird langsam umgesetzt und schiebt die Pflanzen langsam an. Nicht wie zum Beispiel ein Kalkamon, der jetzt nächste Woche wirkt und dann aber nach drei Wochen hungert die Pflanze wieder, weil er verbrannt ist. Das ist, äh, aber eine Philosophiefrage. Äh, bloß da muss ich allen YouTubern und, äh, andere, die das so, die immer auf den Harnstoff schimpfen, muss ich da entschieden widersprechen. In der Ökobilanz, das hat das, äh, ne, in der CO2-Bilanz ist der Harnstoff durch die geringen Herstellungs-, durch die geringen energetischen Aufwendungen bei der Herstellung um einiges besser als andere Düngemittel. So, ja, er ist unter gewissen Bedingungen nicht immer verlustfrei auszubringen. Aber, deswegen setze ich ihn ja vorne oder früh oder unter nassen Bedingungen ein, dass er möglichst schnell im Boden ist und nicht mehr in die Luft entweichen kann. Dass ich, äh, damit keine Abschlussbehandlung mehr streuen brauche. Äh, im Juni, wenn ich hier 30 Grad und Sturm habe, das ist, glaube ich, das versteht sich von meiner Seite her von selber. So, wie gesagt, der Harnstoff, der wird jetzt langsam umgesetzt, es ist noch kalt draußen, äh, der wird jetzt langsam umgesetzt und schiebt die Pflanzen langsam an. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß dabei. Äh, ich habe euch nicht zu doll mit Informationen überflutet. Ich hoffe, Sören schneidet das Ganze noch hübsch zusammen. Ja, und dann freue ich mich auf euer Feedback, äh, Kommentare. Ich sage es wieder mal, habe ich letztes Mal auch gesagt. Ich gucke da nicht jeden Tag rein. Wir bemühen uns das alles nach, zeitnah nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr euch das anguckt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. C-9-10-1-2-0-ensvenAAAAAAAA & Gentil 10-4-7-9-3-4-0-n-2-林 10-8-9-11-4-0-s-7-A-8-2-0-1-s-1-dk-4ub-a-4-4-0-1-2-0-2-0.1-1-0-2-0-w-a-2-0-2-0.1-0t. Vielen Dank.